Jetzt kommt Kidmiff wieder, Milkan weg. Dann geht Milkan weg, Kidmiff kommt wieder. Wie der seinen Hund ausnutzen muss für Videos. Milkan, was isst du denn, du fettes Schwein? Oh. Und somit, Freunde, starten wir ein heutiges Video Among Us, nur mit Facecams. Und ihr seht schon, wir haben einfach nur Fett-Second. Aber wir haben gerade Odomans Reaktion gesehen, Bruder, der ist, glaube ich, ein Poster geworden. Der Maul, Junge, reibt deinen Maul. Übrigens, wir spielen heute auch nur mit Gang-Zeichen, Spaß, als ob ich Odoman bin. Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Digga, eigentlich müssen wir das auch so machen, dass man eure Camps so währenddessen eingeblendet sieht, während wir in der Runde sind, aber das machen wir nicht, Freunde, weil das ist so viel Arbeit und als ob wir so viel arbeiten, nehmen wir Videos. Hey! Hier ist ne Leid... Hey! Wo? Wo? Also, ich glaube, wir können Mikael voten, weil ich hab den gerade in Elektrik an dem Gang vorbeilaufen sehen und zwei Meter daneben war auf einmal bei Lower Engine eine Leiche. Just saying. Also Mikael... Das klingt nach Mikael, Digga. Ich glaube schon, Bruder, die Leiche lag da. Er ist einfach dran vorbeigelaufen, rennt mir im Gang entgegen. Mikael, was ist dein Statement dazu? Ich war in Navigation. Hä? Ich war in Navigation. Also, entweder habe ich nicht Mikael gesehen und ich vertue mich gerade, oder er blufft einfach zu hart. Ich war in Navigation, aber kein anderer. Sorry, Mikael. Wo ist Mikael jetzt? Ich höre mich doch nicht an. Ohne, Mann. In meiner Aufnahme werden keine Fakten gemacht. Wer hat mich gewohnt, der Eklige. Ja. Ah! Er war keine... Hä? 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 Warum sollte ich das bluffen? Warum sollte ich das bluffen? Warum sollte ich das bluffen? Bei Gott. Hä? Ich glaube, ich werde gleich gekillt von Orange. Äh, Orange ist komplett woanders, Bruder. Er ist nicht mehr in der Nähe von dir. Ja, der ist ja gerade dran vorbeigelaufen. Bruder, wir rennen gerade zu viert rum mit Orange, Digga. Was laberst du? Ach, wir spielen gar keinen Mörder, ne? Hast du gerade tot gestellt? So schlecht. Oh, Digga, welcher Eklige war das. Okay, O2. André? Hast du O2 angemacht? Ja. Ja? Ja? Natürlich, Digga, wer sonst? O2, man will mich killen. O2, man will mich killen. Slack! Mann! Mann! Mein Gott, ey, Junge, das glaub ich mir jetzt wieder nicht. Ey, warum hab ich wieder so Pech? Ich hab gerade, war ich neben André im Dingen. Oder war das? Das war André. Wir haben O2 gemacht. Ich tapp raus, guck mir kurz die Gesichter an von euch. Geh wieder rein, dann liegt eine Leiche einfach in Admin. Einfach so, KidMap, ne? Mein Gott, die lag, aber die lag ganz egal. Das kann nicht sein. Das ist O2, Mann, der wollte mich gerade töten. Ey, was laberst du, Bro? Ich hab Slack gemacht aus Spaß. Er hat Slack gemacht, hab du gehört? Der eine Typ mit Fragezeichen war bei mir. Ich glaub, er meint mich, aber ich hab die Kartenaufgabe gemacht. Ich hab grad diese Karte geswipet, bin ich rausgezappt, hab mich kurz angeguckt, Digga. Ich tapp wieder rein und auf einmal liegt mir eine Leiche bei diesem Upload. Ja, das war Odomann. Hä? Ich war nicht mal bei denen, Bro. Nein. Ich hab's gesehen. André, wo bist du hingegangen, nachdem du O2 gemacht hast? Storage. Hast du gesehen, dass Edson B-Boy dir entgegengelaufen kam? Boah, Digga, sowas darfst du mir nicht fragen. KidMaves Tast sagt er. Halt dein Maul, bin ich Tast. Ich fand dich gleich. Hab André nicht gesehen. Ja, also André war, aber du hast die Bestätigung von André selber, dass er vor zwei Sekunden noch bei mir war. Also wir waren zusammen in Edmund. Das Mie-Boy wollte gerade KidMaves einfach nur schlechtreden, weil er selbst Impostor ist und die Chance nutzen wollte. Okay, wir wollten jetzt ist Mie-Boy. Wenn er es nicht ist, muss es André sein und danach, Digga, wartet einfach mich. Danach ist mir alles scheißegal. Ich weiß nicht, Bruder. Okay, jetzt Mie-Boy. Danach ist mir alles kackegal. Aber jetzt Mie-Boy, weil er gesagt hat, KidMaves Tast und das darf man nicht sagen. Wir sind heute in einem kommunistischen Land. Odomann. Es ist Odomann. Es ist Odomann. Es ist Odomann. Es ist Odomann, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die Flöte der zwei. Eins, zwei. Habt ihr gehört? Er hat aber den Maul, Junge. Odomann. Digga. Mahn, als Obi. Hä? Ich sehe, es wäre schon wiederkommen. Irgendwann bringt eine Leiche vor mir um. Ich sehe das nicht und dann reporte ich noch was vom dritten Mal, Digga. An diesem Punkt ist mir echt alles scheißegal, Digga. Wartet einfach an mich nicht. Du bist gleich neben mir, Odomann. Odomann macht Hä? Häh? 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 Hier war eine zweite Runde, Digga. Und Spinn-Crew-Mate. Der macht schon wieder Reaktor, Digga. Ja, Kid Maeve, safe, Digga, Kid Maeve. Safe, Kid Maeve. 100% ist der das, Digga. Er ist das Kid Maeve, safe call. Der kleine Boss. Andri, hast du Dingens gemacht? Ja. Ich schreibe euch den Kommentar, Digga. Kann man Andri vertrauen mit diesem Gesicht? Safe nicht. Guck mal wieder, guck mal. Safe nicht, Digga. Was ist mit seinen Haaren los, Digga? Was ist mit deinen Haaren los, Digga? Digga, lass meine Haare in Ruhe. Soll ich den einen Manny machen? Mach den einen Manny, Digga. Richtiger Philipp auf einmal. Hals wie will, Morgas. Richtiger Philipp. Nichts gegen alle, die Philipp heißen. Hä? Hast du was gegen Philipp? Das gibt eine Anzeige. Digga, was ist falsch mit dieser Reagenzglasaufgabe? Bei Gott. Warum? Ich drück drauf, die ist nach zwei Sekunden auf einmal durch. Diese Zahlen, die rattran so. Äh, Odomann war es. Wer ist gestorben? Odomann. Mikael und Nifrex hat reportet. Und It's Me Boy hat direkt gevotet. Instant. Instant? Instant. Ich hab Odom dabei gesehen. Okay. Sollen wir skippen und einfach nur gucken, wen It's Me Boy gewartet hat? Ich hab doch Odom dabei gesehen. Was laberst du eigentlich wirklich eine ganze Zeit? Odomann hat den abgestochen in den Reaktor. Dave? It's Me Boy hat geschrieben, hab aus Versehen reportet. Hey, du hast aber gar nicht reportet, oder? Du hast gebootet. Aber okay. Ich hab Michael an mir vorbeilaufen sehen vom Reaktor, das stimmt. Er ist an mir vorbeigelaufen und ich bin zu, ähm, Storage gelaufen. Frage ist, wer hat sich gefragt, Odomann? Okay, egal. Keiner wollte das wissen, Bruder. Milkan sagt, es ist Odomann. Aua. Wir nehmen auf. Hi. Ach. Odomann ist Mörder. Er ist Killer. Ey, Imposter. Und er macht so. Er macht so. Warum hast du das so gemacht? Hä? Ja, man hab ich auch gerade gesehen. Wann hab ich das gemacht? Ich worte Imposter, Digga. Ich worte Odomann. Direkt ist Mirkan, 100%. Nein. Doch, was schießt Mirkan direkt auf mich? Wortet einfach alle das, was ihr denkt, Freunde. Einfach alle das, was ihr denkt. Ja, okay, Odomann. Einfach alle Odomann-Vorten, Digga. Ihr wisst alle, dass er fett ist. Oder Mirkan. Es ist Mirkan. Alle worte, das ist Odomann. Du hast Norden in dem Po... Mirkan? Statement? Mirkan, du bist vorgefrei, Bruder. Heide, mach deinen Arsch raus, Bruder. Loch auf, komm. Ey, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Junge, Odomann war's nicht, du kleiner Verräter. Ich war's auch nicht. Ja, warum hast du denn gesagt? Du hast ihn gesehen. Ich wollte einmal snitschen, Digga. Ja, Film gesnitscht, Bruder. Hat nicht geklappt. Und was machst du da, Bruder? War dein Finger gerade woanders? Meine Kaka. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder switche, um Odomanns Gesicht anzugucken, Digga. Das ist immer eine falsche Entscheidung. Wie sich sein Blick gerade geändert hat. Fuck. Hä? Hä? Er wurde schon wieder gekillt. Er wurde schon wieder gekillt, Digga. Nein, ich wurde nicht gekillt. Digga, bitte nicht. Noch ein Ruf. Ich wurde nicht gekillt, Bruder. Das ist ja die Sache, Bruder. Ich habe Download gemacht. Ich tappe raus, weil ich denke, okay, während Download kann ich eh nichts sehen. Gehe ich Discord. Dann liegt eine Leiche wieder, wenn ich wieder reintappe. Bruder. Es ist André. Safe, André. Safe. Uh. Danke, Odomann, Bruder. Ja, es ist echt André. Ja. Wollen wir André bauen? Vielen Dank. Ja, ja. Lala machen, Digga. Warte mal. Mirkan hat gerade gesagt, Odomann ist es und Odomann war es nicht, Digga. Nimm, stimmt, 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 stimmt. Guckt André's Haare an, bevor er euch jetzt beeinflussen lässt. Könnt ihr dem nicht vertrauen, Digga? Guckt André's Haare an. Mirkan. Wurde einfach André. Mirkan. Guck mal, wie er schießt. Guck mal in die Kamera. Okay. Guck einmal weiter. Einfach nur gucken, Bruder. Bleib ernst. Wenn du kein Impostler bist, brauchst du ja nichts Beheimlichen. Warum hast du gerade eben gesagt, Odomann war es nicht? Weil ich ihn treuen wollte. Achso. Wie ernst der kommt. Achso. Okay, Bruder, ey, chill. Ich habe gleich Angst, dass mexikanische Mafia kommt. Pendejo, was ist dein Problem? Können wir jetzt Meckern rauswoten, Digga? Ich habe gesagt, wenn der Meckern rauswoten, dann kommt er nach Hamburg. Ich weiß nicht, wen ich warten soll. Ich würde sagen, wir wollten einfach André, weil von Meckern habe ich ein bisschen Angst bekommen gerade. Und Odomann hat gesagt, André ist es... Ey, seid ihr dumm. Ich wurde rausgewotet. Warum soll ich das wissen? Ey, keiner wurde sogar rausgewotet. Oh, ich muss Reakt mal machen. Ah, okay, haben die schon gefragt. Schon, ich schon. Und KidMaf, Alibi-mäßig kommt deine letzten Sekunde, um sich gut ins Alibi zu holen. Oder ich bin dann vorbeigelaufen, habe gesagt, ah, ich muss noch Reakt mal machen und bin hingelaufen. Was daraus? Ja, das ist ein Fall für die 3-Frage-Zeichen. Ich hätte auch 11 weiterlaufen können, Digga, und gar nichts machen können. Einfach, weil du 3-Frage-Zeichen hast. Alter, jetzt reicht es mir, Alter. Meckern? KidMaf killt mich. KidMaf geht voten, um mich rauszu-voten. Wir wollten jetzt Meckern, Digga. Oh, shit. Aber ganz kurz, ihr müsst gucken, dass sie dir ein Postel raushält. Junge, was ist falsch mit euch? Meckern votet ohne Mann raus, er ist nicht. Meckern ist es selber nicht. Wir voten jetzt André. Report jemand. Wir voten jemand. Wir voten. Was haben wir dir? Ich hab gar nichts. Mach Emergency Call. Wir voten jetzt André. Warum ich? Weil Meckern gesagt hat, du bist es. André voten im Po... Hey, du musst jetzt Detektivarbeit machen, KidMaf. Detektivarbeit läuft, Bruder. Detektivarbeit läuft aber gerade nicht ganz gut. Aber egal. Wenn ich wirklich schlau bin, Bruder, dann mach ich jetzt keine Aufgaben mehr und wir gewinnen nicht mit den Aufgaben. Ah, ne, die sehen wir in den Cam in den Discounts. Scheiße. Fuck. Ich hab alle meine Aufgaben fertig, Leute. Macht eure Aufgaben zu Ende. Junge, hört mal auf, Alter. Ah, mit Puppen gesinnt? Ja. Junge, ich will mich aufs Spiel konzentrieren, Alter. Hört mal auf, Alter. Oh, ich hab gewonnen. Okay, Freunde, dann haben wir es wenigstens geschafft, jetzt noch eine Runde zu gewinnen. Digga, du bist Odoman. Bitt, Digga. Okay, haut da rein. Warte, wir müssen jetzt alle gleichzeitig machen. Was denn? Nein. Okay, ciao. Schuhe, bitte späumtet uns ja mal das Mikrofon.